All seinen von Gebühren finanzierten Mitarbeitern hat seinen Sinn, seine Bestimmung darin gefunden, seine Zuhörer in einem bedrohlich offizieusen Sound daran zu erinnern, dass die Regierung von ihnen Besserung erwartet. Nein, verlangt. Nichts in unserem Land klingt so furchterregend deutsch wie der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk vermittelt, was die Aufgabe jedes braven Propagandasenders ist. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wer nicht linksgrün ist, stellt sich außerhalb der Gesellschaft. Verehrt wird der Deutschlandfunk von kurzhaarigen Antirassismus-Seminarbesucherinnen, von Menschen, die während ihres Studiums in Freiburg Traumfänger-Bastelkurse geleitet haben von ultraaggressiven Berliner Lastenrad-Fanatikern und Männern, die 800 Euro für Outdoor-Jacken ausgeben, um sich der Natur näher zu fühlen, und von den meisten Eltern von Noah, Emilia, Finn und Mila.